Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für PGA, also für Golf. Heute mit Peter, Jay und Sebastian. Wir spielen wieder einen offiziellen Kurs. Neun Loch stehen an. Und ja, denkt an Wind, ne? Also wir haben den Wind bedacht. Denkt dran, dass ihr beim Putten anzeigen könnt einmal und ja, viel Spaß. Wie kann ich denn jetzt gucken, wo ich hinschlage, so? H-Y. Oh ja. Oh Gott. Oh, das ist nice. Wieso ist denn der Wind so stark? Von rechts, ne? 11 MPH von rechts. Guck mal, schön sieht das aus. Der Wind ist viel zu stark. Kann man den mal weniger machen? Wieso nimmt denn die ein Holz? Wieso nehmen wir nicht hier? Weil der Abschlag ist. Und weil weit ist. Nimmst du dann nicht einen Driver? Das ist ja ein Holz. Achso. Also, ne? Du, ja. Ob Sepp auch nur Ahnung hat, welcher Schläger ist. Aber mein Golf-Lehrer meinte letztens, der hätte mal ein Dreier oder Einser Eisen gehabt. Da sagte der, da hätte er fast keinen Bock mehr auf Golf gehabt. Ja, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie kannst du dann... Alter, was ein geiler Schlag! No! Das ist okay. Ja, auf, grün an die Fahne ist doch super. Wie kann ich denn da mit dem Putten zeigen, wo der hingeht? A gedrückt halten. Geht aber nur einmal. Also, du musst vorher schon quasi... Dann zieht der nach links. Spielst du mit Control oder mit Katastatur? Katastatur. Ja, Christian redet aber von Control. Oh shit, nach rechts! Okay, was ist denn dann? Wird das richtig? Schöner links. Nein, ich bin... Schöner links nicht im Bunker. Ich bin im Bunker. Scheiße, ich bin auch nicht. Scheiße. Ja, macht nichts. Hä? Die Pros kommen aus dem Bunker raus. Ja, Golf ist super. Wir waren letzte Woche Freitag wieder spielen. Wir haben sechs Bälle verloren. Wie? Hä? Ja, ich habe einen volle Kanne ins Wasser geballert und meine Frau meinte, das kann ich überbieten. Hau ich immer fünf rein. Jojojojo! Er gedrückt halten war das, Jonathan. Ja, ja. Jetzt habe ich es herausgefunden, tatsächlich. Für zu gucken, wo der reingeht oder was? Ja, aber... Nein! Oh mein Gott. Ihr habt beide daneben. Das kann nicht wahr sein. Ich bin halt der schlechteste Gott... Hä? Was muss ich auf den Controller drücken, Christian? Ja, zu miesen. Das Spiel. Aber du musst vorher schon mal ein bisschen anpassen, dass du... Ja, wieder mal plus eins, ey, du Drecksgame. Das war belastend. Das kann man immer plus eins. Mal immer plus eins. Mal mal machen, ne? Ja, nur einmal pro Schlag. Paar. Wo drin? Vier! Vier! Ist vier nicht schlecht? Hä? Vier ist Paar. Vier ist Paar, ja geil. Du bist ein Lappen. Ja, ich habe auch vier. Ja, nice, Peter. Wir spielen halt Schläge, Jay ist halt einen Schlag hinter uns. Wie immer. Oh, Jay, was ist das für ein Land? Kamerun oder so? Äh, Deutschland. BG ist Amerika. Nee, wegen seiner Flagge vor seinem Namen. Okay, der Wind kommt gegen. Ja, ich überlege auch gerade, ich nehme nicht das, ich nehme nicht das 270 Yards Carry 6er Eisen. 6er Eisen, ja, lieber ein 5er Eisen. 5er Eisen ist natürlich auch schon. 5er Hybrid. 5er Holz. Ja, Hybrid ist Holz. Der fliegt! Aber sowas von Scheiße. Oh shit, oh shit. Oh, der ist gut, der ist gut. Der ist shit, der ist gut. Ich weiß es nicht. Alter, der Gegenwind ist viel zu krass. Hätte ich nicht gedacht. Oh, Grün. Oh, der ist wirklich viel zu krass. Oh, der ist wirklich viel zu krass. Oh, der ist wirklich viel zu krass. Hybrid wäre ja gar nicht so schlecht gewesen. Ich bin voll im Sand. Ja, aber macht nichts, Peter. Aus dem Sand könnt ihr die Pros auch ganz easy nah an die Fahne spielen. Ja, ich bin aber kein Pro. Doch, klar. Okay, chippen. Warte, ich habe gerade den Rasen kaputtgeschlagen. Ich habe letztens aus dem Buche geschlagen, da hätte ich fast ein Loch gebuddelt, ey. Scheiße. Hä, wieso wird denn der so lange? Ich dachte, auf dem Grün ist der voll schnell. Ja, du darfst halt, wenn du im Bunker bist, darfst du den Schläger nicht aufsetzen. Da ist er drin. Oh, Jaden gemacht. Also du musst aus der Luft direkt schlagen und du kannst keinen Probeschlag machen. Wenn du das verkackst, hast du zwei Strafschläge. Loll, das ist die Masterbank-Werbung. Halt, 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 halt. Oh, eine Masterbank. Mastercard. Ja, Mastercard, was weiß ich, wie das heißt. Masterbank. Nice. Okay, ein 3. 3 war nice. Das macht voll Bock, das Game. Komm schon, komm schon. Yes. Peter, jetzt zugucken. Nee, du kannst niemandem zugucken, wenn du als erster fertig bist, kannst du nicht mehr zugucken. Da sehe ich nur die Fahne ohne die Bälle. Das gibt es ja nicht. Was ist denn heute los, ey? Kein Birdie bisher. Müssen wir das nochmal weitergeben? Warte, absolut. Warte, absolut. Wie ein Gegenwind. Was ist, wenn ich ins Wasser schlage, volle Pulle? Geht doch eigentlich. Da kriegst du einen Strafschlag und kannst dir dann aussuchen, ob du nochmal von vorne machst oder zwei Schlägerlinge von der Fahne weg da am Wasser schlägst. Ja, moin. Ist aber nicht so nice. Okay, ich nehme den Driver. Ist mir ein schlusser Piepe-Guy. Denke ich auch. Ich muss natürlich nur bedenken, wenn du weit schlägst, ist die Kurve des Balls normalerweise flacher. Okay, das hat nicht funktioniert. Oh, Quatsch! Fliech! Also du kannst halt aggressiv spielen oder defensiv spielen. Okay, Peter, das hat defensiv, defensiv nicht funktioniert. Da ist meiner im Wasser gelandet. Meiner auch. Meiner auch. Scheiße. Der Gegenwind von 3, 10 ist krass. Habe ich mir auch gerade gedacht. Yes. Raufgeschissen. Ich bin da. Flieg, du Stück Scheiße! Jetzt bin ich im hohen Gras, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Komm schon. Komm schon. Komm schon! Der hat... Oh, oh! Oh, nein! Der ist fast reingegangen beim zweiten Schlag. Oh, Mann. Im Bunker! Yes, immerhin im Bunker. Boah, war das ein schöner Schlag. Boah! Okay. Ja! Peter hat auch einen schönen gesetzt. Ja, aber das war mein... Keine Ahnung, wie viel da schon. Der ist auch gut. Deswegen, ich habe halt nicht versucht, direkt aufs Grün zu schlagen, sondern einen Zwischen-Schlag genommen. Das war... Oh, der ist auch gut. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Oh! Jetzt liegen wir alle hier! Da ist er! Awesome! The Birdie! Hast du gerade an mir vorbeigeschlagen? Ja, ich glaube, wir können uns nicht gegenseitig blockieren. Du bist gerade durch meinen Fuß gerollert. Wenn du auf dem Grün gegen den anderen Ball schlägst, gibt es, ich glaube, ein oder zwei Strafschläge. Einmal hin und ein Plus. Was? Einmal ein Plus-Eins-Luge gekriegt. Yes! Auf jeden Fall gibt es immer Strafschläge direkt. Ja. Haben wir alle Plus-Eins? Ja, ich muss das Spiel jetzt gerade noch ausrechnen. Plus ist ja mal Minus-Eins. Christian, ja, okay. Christian hat es gut gemacht. Aber der hat nicht getriet über den See, ne? Wir haben alle über den See getriet. Ich habe nicht versucht, über den See zu ballern. Okay, wir brauchen hier natürlich einen Driver. Wieso ist der Wind immer von rechts? Ja, weiß ich nicht, Peter. Tatsächlich ist der Driver... Oh Gott! Was ist denn, Jay? Wenn Jay abgeschlagen hat... Jay ist doch gut, du liegst doch gut. Ich bin im Schatten. Nee, doch nicht. Nee, du liegst doch gut. Oder? Was ist das denn jetzt? Der hätte nicht stärker sein können. Das ist so ein halbgemähter Rasen. Ja, moin! Alter, was ist denn? Shit! Halt! Halt! Das war nicht gut. Halt, stopp! Nee, der hat richtig gut geschlafen. Ja, meiner war ganz schwer. Ich lieg beim Baum. Ist das gut? Wieso fliegt denn der so weit, der Scheißball? Jetzt bin ich in den Zuschauern. Hast du vorgerufen? Wat, Flitling? Flitling, versichert. Du musst mal... Wenn du einen Ball schlägst, der nicht so läuft, wie du dir denkst... Platz da, ihr Pisser, sag ich. Nicht im Bunker. Fick! Ich dachte immer, weißt du, das machen die so Alibi-mäßig und da hält sich dann eh keiner dran. Aber wenn da einer vorruft, dann ducken die Leute sich wirklich und halten sich zumindest in den Kopf. Das war richtig scheiße. Flitling, ich im Bunker. Ach, man! Stopp, stopp, stopp! Komm, der ist richtig gut. Halt, 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 halt! Der war richtig. Nein! Ha, ha, ha! Ja! Pfff! Sandwich ist ja scheiße. Komm, 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 komm! Nice! Okay, testen wir mal. Oh, viel zu weit. Unterpaar! Ein Beagle, äh, Igel! Ein Beagle? Nein! Oh mein Gott, war das knapp. Also zwei Unterpaar ist Igel, ein Unterpaar ist Birdie. Ach so, ja Birdie dann halt. Ah, wie dumm! Kacke, ey. Versuch ich das jetzt nicht oder chippe ich nochmal? Geil! Ob ich jetzt einen Schlag mehr brauchen, weil ich chippe oder weil ich einen Schlag mehr brauche? Ach komm. Du kannst doch mit X übrigens die Fahne raus... Ne, warte mal, wir gehen das noch? Irgendwie kannst du die Fahne raus holen lassen. Essen! Also nicht. Wie hat der Nummer? Wieso ist diese unfassbare offensichtliche Mastercard-Werbung denn keine Mastercard-Werbung? Ja, stimmt. Das frage ich mich auch. Das frage ich mich wirklich. Weil da die Firma dann nicht drunter steht wahrscheinlich. Ja, aber warum hat Tukey das eingeblendet, wenn sie nicht die Rechte dazu haben, beziehungsweise einfach ihr Spiel nicht verkauft bekommen haben? Ich weiß es auch nicht. Hätte man besser irgendwas anderes da hinsetzen können. Ja richtig, du machst ein anderes Logo rein. Dicken großen Penis. Also ich gehe mal davon aus, Mastercard passt 1 zu 1 zu Golf. Das passt aber. Das ist so ein Snob-Sport. Aber... Total komisch. Aber keine Ahnung. Und seit Mastercard nicht fast jeden Sport? Ja. Ich weiß es nicht. Bei Formel 1? Bonn sind die Formel 1. Ja gut, wenn ich an Kreditkarten und Banken denke, ist jetzt der erste Sport, der mir einfällt, schon tatsächlich eher Golf. Oh Gott, der Wind ist nicht gut und der Bunker ruft, ey. Ja. Oh ja, der Bunker ruft aber wirklich. Hä, warum? Mit dem fetten Driver fliegt er in den Bäume drüber. Ich schlag jetzt über 3 Bäume drüber. Mit dem Driver könnte man jetzt... Easy Snack. Mach ich. Ah! Der fickt. Aber... Was sagen? Du fliegst doch ganz... Ganz gut hin. Du kannst übrigens, wenn du geschlagen hast, mit Y Vorspulen sozusagen. Also auf... Ich will mir das aber in voller Länge... Alter, ist der reingut gewesen von mir. Holy shit. Okay, Bäume. Jaaaa! Morö! Der war gut. Ich hab doch extra ein bisschen versucht, auf den Wind zu achten, aber das hat ja null funktioniert. Oh shit. Oh shit. Ja, ich find... Also diese 11 Meilen, das ist immer stärker als man irgendwie meint. Okay, ich lieg scheiße. Okay, jetzt war's schwächer als man meint. Oh gut, gut, gut. Perfekt! Perfekt! Komm rein! Perfekter Schlag! Oh, der war... Komm, das ist jetzt wieder ein Unterpaar. Sepp liegt ganz gut. Sepp liegt da hier ans Jut. Ja, ich chop da jetzt einfach rein. Wie schön wir aufs Grün gehauen haben. Wunderschön. Ha! Aber der eine war unnötig. Ach stimmt, wenn du im Ruhm bist, kannst du auf dem Controller mit X die Flagge rausnehmen. Ist relativ gerade. Yes! Da ist er doch! Der Meister aus Mosambik! Sag! Ach, Mosambik war das! Keine Ahnung, was das ist. Wegen der Flagge genommen, die ich schön fand. Ich weiß wirklich nicht, welche Flagge das ist. Geil, sind wir gerade alle unter Paar geblieben. Das ist doch scheiße! Ja! Ja, Druck hochhalten auf Jonathan! Oh scheiße! Kann man hier natürlich, meine ich. Christian, minus drei jetzt? Wie kommt man denn auf Mosambik? Christian rockt uns wirklich weg. Das ist ja belastend. Ja, mach nicht mehr Mastercard-Werbung! Oh, Rückenwind! Du kommst jetzt aber nicht hin. Ähm, und ich glaube auch, dass der Wind, der ballert... Ich, ich... Alter, ich versuch's gut. Ich versuch's gut auch! Hey, safe! Ich muss, ich muss Risiko, Leute! Bämms! Ja! Der liegt gut! Nice! Richtig guter Schlag! Puckers! Der war... gut. Na, hab ich nicht geschafft. Ein bisschen Gegenwind. Ein bisschen Gegenwind würd ich ein bisschen versuchen... Come on, 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 come on... yes! Oh, der ist weit rechts. Alter, wir haben uns fast in der Luft berührt. Ja... Fast. Oh, was ein Schlag! Oh Mist! bisschen nach links. Das ist aber hart hier. Ja, die grünen werden schwieriger. Vor allem, wenn du zu weit jetzt puttest, dann landest du im Wasser. Drei! Einen drunter. Bitte sammelt mal Schläge, danke. Oh shit. Drei werde ich nicht schaffen. NICHT! NICHT! Doch! Achso, zwei drunter? Alter, ich habe richtig viel Rasen mitgenommen. Alter, war der geil. Ja, als ob Peter so einen fucking Ball geschlagen hat. Ja, aber ich habe schon einmal ins Wasser. Ich habe nur noch nicht verstanden, warum man so angeschnittenen Schüsse, so Slices macht. Also, da verliebt man noch weiter bei. Also nutzt man dann den Wind, oder was? Ja, also, du so nach rechts und links, so meinst du, angeschnittenen? Ja, ja. Ich dachte halt so, damit kannst du besser gegen den Gegenwind, also gegen den Rechts- oder Linkswind arbeiten, sag ich mal. Ja, das könnte sein. Aber machst du das dann mit dem Wind oder gegen den Wind? Ich hätte jetzt gesagt gegen den Wind. So habe ich die bisher immer eingesetzt. War das ein Fünferloch oder ein Vierer? Ich glaube, es war ein Fünferloch. Ich habe fünf Schläge gebraucht. Oh mein Gott! Hardcore aufgeholt. Ha! Oh mein Gott! Nice! Krass, aber der hatte plus zwei, ey. Der ist aber auch ordentlich dabei jetzt. Na ja, ich lass mich hier nicht lumpen von Sepp und Peter, ey. Oh, ein kurzes Loch. Die mag ich gerne. Die finde ich scheiße. Also, einfach direkt draufballern? Einfach raufballern! In die Menschenmenge! Geiler Ball! Oh, der war gut. Perfekt war der. Oh Gott, aber der Wind ist trotzdem krasser, als ich dachte. Scheiße, ja. Scheiße, ich bin auch in die Menschenmenge. Aber, Peter ist sogar noch ein Stückchen weiter. Hopp, 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 hopp! Nein, das war kurz vorm All-in-One! Wie er direkt davon liegt! Oh mein! Das war ziemlich nice sogar. Übelst gut, Christian. All-in-One-Fan. All-in-Run-in-Two! Krass! Oh mein Gott! Der war schlecht, Peter. Der war richtig schlecht. Krass! Damit, äh, kriegst du jetzt vielleicht noch einen vierten, ne? Wehe! Wenn du jetzt richtig verkackst. Das wär echt bitter, dann wärst du letzter. Wenn ich verkacke, ja. Ja. Jetzt kommt der Druck! Aber ihr könnt mir jetzt nicht zu- gucken. Naja, das stimmt. Das heißt wir wissen nicht. Aber ich freu mich gleich. Ich hör auch gerne Radio, Peter. Ich guck mir gerne bei dir. Das ist manchmal wieder echt ganz gespa- Fuck, ne, ich hab nicht gespielt. Fuck! Eieieieieiei, Peter. Was hast du gemacht, Peter? Ja, ich hab halt einen drüber. Das ist schlecht. Ach, jetzt bin ich jetzt letzter. Nein, du bist... Ach, guck mal, E ist doch noch gut, Peter. E für Esel steht halt, oder? Was denn? E steht für Esel. Fuck, yo. Zwei Löcher hast du noch. Ach, du Scheiße. Ja, ich geh jetzt wieder auf Risiko hier. Risiko. Oh, krasser Wind von links. 16 ist heftig. 15, 16. Jo, 16 ist wirklich... Komm, ich hau halt voll. Warte mal, probieren wir das doch mal. Ist 16 MPH krass? Ja, wir hatten sonst immer 10, 11. 10 oder 11, genau. Nicht ein Drive nach links. Jay, warum machst du das? Als er Peter so gut schlägt. Gut, dass der Wind so stark ist. Ins Wasser. Wer ist ins Wasser geplumpst? Komm, let's give it a try. Oh shit, das war er. Okay, ich hab den Wind ein bisschen unterschätzt. Ich versuch das jetzt mal mit dem Anschneiden. Oh, man darf hier hinlegen? Hä? Hä? Ja, Alter, wo gehst du denn hin? Oh, der ist voll gut! Der war richtig gut! Wieso darf ich den jetzt hier hinlegen? Der war auch gut. Aber leider hat er vorher einen im Wasser gehabt. Scheiße, ey. Da ist er doch! Minus 2! Ja! Stark, Jonathan. Also insgesamt jetzt, ne? Ach so, ich dachte schon, ein bisschen stärker, der da oben raus steht. Muss ja ein bisschen Stress machen, ne? Das ist geil, diese Gefühlswelt von Jay. Das ist ja richtig straight. Also das mit dem Putten der Tippe ist auf jeden Fall gut. Das wurde nur ein Tutorial nie erklärt. Nee, wurde dir nicht erklärt. Was hast du denn gemacht, Jonathan? Das wurde nie geerklärt. Das hab ich mir einfach selber dann angeeignet. Ja, aber sag mal, die Tasten da unten gedrückt, die da eingeblendet wurden. Ja, Platz 2 für Mosambik, äh, Tansania. Ein Loch haben wir noch. Oh Gott, oh Gott. Oh yeah. Oh, jetzt kann ich ja richtig entspannt schlagen. Ich hab richtig Druck, jetzt kommt der Hole. Oh, wie geil. Wir haben so ne, was ist das, Par 4. Aber Wind ist doch gut. Ja, die Bomben stehen da noch ein bisschen scheiße. Ich glaub, ich mach das nur mal mit dem Anschneiden. Das ist nur von der anderen Seite. Ja, Moment. Was hab ich jetzt gemacht? Ich wollte anschneiden, aber... Oh, nach rechts anschneiden ist scheinbar nicht so die gute Idee. Ich liege am Zaun. Oh, das Bounce. Oh, das ist gut für mich. Oh, das hat richtig Strafe gegeben. Scheiße. Komm runter da, Junge. Oh, come on. Okay, das ist halt rough. Aus dem Rough schlagen kann ich gerne. Was ein göttlicher Abschlag hier. Wunderbarer Pod. Äh, Schlag. Drive. Oh Mann, ja, wollte ich das mit dem Anschneiden machen und hab das einfach mal voll in den Zaun geballert. Guck mal, ich liege direkt bei Peter. Ich verliere keine Punkte, Peter. Ich verliere keine Punkte. Ey, ich merke das schon. Gewinn nicht. Okay, wir machen keinen Hack-Mack hier mehr. Ganz entspannt machen wir das. Oh, das war zu... Hä? Oh, der ist schön. Den machen wir ganz entspannt. Jawoll, das ist doch gut. Damit kann man doch arbeiten. Geil. Komm ich da mit rein? Uff. Pff. Alter. Oh, guck mal her. Okay. Okay, Sepp, du musst jetzt versagen, sonst wird da nichts bei mir. Okay, ich muss einfach gerade ausschlagen, aber richtig heftig. Nooo! 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 Yes! Da haben wir noch mal ein Beagle-Igel-Diegel. Das war ein paar. ja gar kein problem christian gewinnt vor jay vor peter vor jetzt gerade oben links noch mal kurz ach als ob jades weiter ich bin dritter und leider nicht im ersten mal jetzt mitgespielt ich habe auch besser geschlagen als ich beim ersten mal da ich auch bei plus fünf oder sechs oder sowas mehr richtig mies das hat spaß gemacht voll das geile game ja wir danken vielmals fürs zuschauen bis zum nächsten mal